Also, ich hab eine Liste mit Dingen, die ich gern abarbeiten würde. Ich denke, wir kommen sicher ein gutes Stück voran. Gut, das ist gut. Gut. Willst du mit dem Blowjob anfangen? Mein Mann würde mich besteigen, zur Sache kommen, sein Pyjama anziehen und einschlafen. Keine Abweichung, 31 Jahre lang. Ich hatte noch nie einen Orgasmus. Ja, wenn wir das heute tun, dann bist du. Er ist der zweite Mann, mit dem ich je geschlafen habe, in meinem ganzen Leben. Oh Gott. Also, Nancy. Es ist verrückt. Nancy? Schrecklich. Falsch. Nancy? Ja? Wir gehen jetzt ins Bett. Okay. Wie alt war eigentlich deine älteste Kundin? 82. 82? Ja. 82? Nancy. Okay, jetzt fühle ich mich etwas besser. Wissen Sie, ich war heute sehr ungezogen. Sie sollten mich nachsitzen lassen. Okay, Schluss damit. Ja, ich weiß, Miss, aber... Nein, nein, Safe Word, Safe Word. Wir haben kein Safe Word. Was ist mit dir? Wer bist du wirklich? Ich bin genau der, den du haben willst. Das glaube ich dir gern. Ich habe in meinem Leben nichts wirklich Bemerkenswertes zustande gebracht. So ist es einfach. Ich sehe, wie meine Freundinnen über die Jahre richtig schrumpelig werden. Entschuldige. Nancy, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Ich verurteile meine Kunden nicht. Nicht. Außer es sind totale Arschlöcher. Du klingst wie eine Art Sexheiliger. Bist du echt? Ich habe mich in diesem letzten Monat lebendiger gefühlt. Als jemals zuvor in meinem Leben. Ja, du warst mein einziges Abenteuer. Oh, scheiße. Was soll ich denn sagen? Ich kann gerade nicht, weil ich einen Mann gebucht habe und versuche, all meinen Mut für auch Halstix aufzubringen. Du musst ja nicht ins Detail gehen. Du musst ja nicht ins Detail gehen. Du musst ja nicht ins Detail gehen. Du musst ja nicht ins Detail gehen.